ok wir sind jetzt gerade mit 300 mann kampfbereit gegen da sind 320 mann da sind 299 mann wir gehen noch mal kurz nach freising um uns auszuruhen und die sachen zu verkaufen ok ok die zen und die ellentor haben frieden geschlossen ok das auch ja gut ich glaube die ellentor haben noch ein gutes stück wieder zurückerobert das ist doch schön für die auch wenn die dann irgendwann natürlich unsere feinde mal sein werden denn alles wird irgendwann unser sein alles alles auch das ellentor gebiet das wird noch interessant wir haben nicht genug geld 3000 so dann halt hier mal sehen was haben wir hier noch ja jetzt nichts unbedingt so krasse was haben die denn für waffen ok die viel zen vermischt jetzt auch hierbei infantry claim ja gut gegen unser schild wird kaum eins ich frag mich noch bei 56 sharper with time vielleicht dauert es auch einfach wirklich sehr sehr lange bis es schärfer wird wie lange haben wir es jetzt noch nicht so lange ja ich frage jetzt jetzt was wollen wir erobern wir müssen auf jeden fall noch mehr sauber machen vor allem diese people of valor hier die sind noch ziemlich problematisch glaube ich die sen sind auf jeden fall immer noch ganz gut dabei 270 mann ok dann kommen wir hier mal die 270 mann uns holen du bist halbjörn ok von dahin kommen auch welche hier sind keine bösen mehr wunderbar ach der hat auch so eine schöne wolfrüstung und stachel ding ist hinten drauf interessant mhm sadist mhm sadist ok ne den wollen wir lieber nicht uns holen das heißt den können wir auch gerne gefangen nehmen mhm mhm so dann mal sehen vielleicht sollte man wirklich nochmal irgendwie eine etwas größere pause machen also so ein zwei tage damit wir auch selber wieder vollgeheilt sind weil ansonsten haben wir uns immer eine gefahr dass wir durch irgendwelche unglücklichen so ein zwei unglückliche pfeiltreffer ausgenockt werden was insgesamt uns nicht guttun würde hier schön hier hoch ok hier ist natürlich dieser baum im weg das ist ein bisschen ungünstig und schießt die in den ok warte mal in fire orders hold your fire wir wollen hier keine pfeile verschwenden so jetzt fire orders fire duel und dann schießen wir selber auch natürlich mit schießen wir zu niedrig schießen wir zu hoch ne das glaube ich gar nicht mal so schlecht ich bin mir nicht sicher aber was ist denn das für schwarze da die in den schwarzen rüstung mit den haben die hörner da haben die sonst Leute mit hörnern helmen ich habe das ein bogenschützer auf jeden fall oder oder ach das sind einfach diese diese das sind keine sonderlichen truppen besonderen truppen die haben wir ja auch schon so als wir gesehen das ist echt eine echt angenehme karte für uns also super frei schön auf die herab schießen können wir ach das sind die berserker ah ok im Moment ne die hatten wir noch nicht die sind neu oder ich kann mich nicht erinnern solche Leute gesehen zu haben äh berserker hatten wir ja schon vielleicht wurden die einfach immer alle schon getötet bevor sie überhaupt über eine chance hatten in unsere nähe zu kommen äh ich weiß dass wir auf jeden Fall schon gegen berserker gekämpft haben äh ich war mir noch nie ganz sicher was das genau sind die berserker oh spirit of the north ach so das ist das schwert stimmt ja genau ich erinnere mich das ist ja auch das von unserer äh unserer knights haben spirit of the north so bogenschützen nach da infanterie nach da wunderbar so haben wir unsere leute wieder schön positioniert ähm infanterie vielleicht können wir hier nicht stand closer vielleicht ein bisschen mehr nach da sehr schön unsere bogenschützen stehen so weit hinten das ist natürlich ungesichtlich dass wir wegen der krümmung nicht ordentlich da rein schießen können ja halt mal ein bisschen zurück damit auch die bogenschützen mit rein schießen können weißt du was äh charge charge uiuiui die ganzen armen kingsmen alle ich glaube wir ziehen uns lieber zurück statt unsere bogenschützen da rein laufen zu lassen war einiges an krass wie viel von denen da ausgenockt wurden ich habe eigentlich müsste ich halt noch darauf achten müssen von wasser ausgenockt wurden äh das habe ich jetzt natürlich nicht darauf geachtet ich komme hier schnell hoch und ihr hier vor mich machen wir machen jetzt glaube ich jetzt mal einen sturmangriff das ist jetzt ein sturmangriff ja ja keine leiten bilden keine linie sondern einfach gerade auf uns zu ja sollen sie es doch versuchen sie werden an unserer linie an unserer riesigen phalanx hier vorne werden sie zerschellen ja ja sie mag klein aussehen aber die sind wirklich riesengroß so dann schießen wir mal die aufgabe ist eigentlich möglichst viele leute töten bevor sie ankommen den rest können wir dann hoffentlich auch so regeln ok hier mal gerade ein bisschen hier die infanterie leute zurecht stutzen ok jetzt sind fast alle außer ohne schild jetzt sind die ganzen leute ohne schild alle auch tot jetzt bleiben nur noch die traurigen reste hier wunderbar ich habe kurzzeitig gedacht dass er habe ich gedacht dass sie näher an uns ankommen werden aber dem war nicht so mal sehen ob ich vielleicht von irgendeinem bogenschützen hier mir den köcher ab äh stauben kann aber sieht nicht so aus ich glaube ich ziehe mich lieber mal schnell zurück ich hoffe wir kriegen jetzt gleich keinen pfeil in den rücken war das sehr ungünstig da glaube ich ein bisschen im zickzack haben die überhaupt noch bogenschützen? ne wir haben sie gar nicht mehr na gut dann ist auch egal dann können wir auch einfach so schießen ist auch schön dass die einfach die pfeile die schild unternehmen ich habe ich hoffe dass im banner lord das ganze schild ok da sind doch noch bogenschützen dass die ganze schild sachen besser wird also dass die ki besser mit schilden umgehen kann sinnvoller ihre schilder einsetzt einerseits halt eben wenn sie halt beschossen werden dass sie ihr schild auf jeden fall nehmen jedenfalls für infanterie äh und bei vielleicht sollten wir einfach hold your fire dann müssen eigentlich auch unsere infanteristen ihre schilde hochnehmen also unsere beiden companions hier äh wahrscheinlich ist es so gecodet dass natürlich die bogenschützen nicht ihre schilde hochnehmen sollen wenn sie unter dem schuss stehen weil das wäre ziemlich doof ja dann könnten sie nicht weiter zurück schießen das sollen sie ja so ich hoffe dass uns unseren leuten also uns gehen jetzt gerade die pfeile aus ich hoffe unseren leuten gehen sie nicht aus ähm haben wir noch 122 waren getötet wie viele leute waren da nochmal hm ich weiß es nicht mehr waren es nur 270 oder so du hast vergessen doch du musst doch du hast doch mit feil und genau forest arrows oh wunderbar sehr schön ich bin hier an der vordersten front hier habt keine chance gegen mich und meine wunderbare armee und du auch ja selbst selbst mit schildern haben sie keine chance gegen uns das ist natürlich na gut mit so vielen bogenschützen äh wird es natürlich auch schwer und so gute schilder haben sie auch nicht ist nach nach der unseren schwierigen zeit gegen die kulern horde ist es doch schön mal wieder jemanden so schön zu rasieren und einfach nieder zu machen ohne selbst allzu große verluste einzustecken oh ist das ein ellentorn ne sah so aus von der rüstung her sah auch so braun mit dem grün da aus aber anscheinend nicht wunderbar eigentlich müssen wir jetzt die ganzen lords halt immer bekämpfen und versuchen halt möglichst viele von denen gefangen zu nehmen die people of valor hier müssen äh gefangen äh hier besiegen ich weiß gar nicht ob die wieder kommen oder so ähm ja gut wir sind schon voll wunderbar wunderbar muss man gleich nochmal ein bisschen organisieren hier marksman ja der marksman hat bisher auch überlebt die hat sogar eine relativ ich glaub der hat so eine axt oder so ne unser heavy marksman oder ist der mit leute tot oder ist der ja der heavy marksman ist sogar ah verdammt er ist gestorben ah ah und wir haben wieviel haben wir mittlerweile verloren ich glaub wir haben mit 26 angefangen das heißt wir müssten äh neuer 8 äh ver- äh verloren haben würde ich vielleicht sollten wir dann einfach die ähm champions vielleicht nach vorne bringen überlege ich gerade ähm ja könnten wir eigentlich machen obwohl wenn sie voll ist so 18 leute 18 infanterie leute ist schon eigentlich genug müssen wir warten wir warten noch ein bisschen ein bisschen warten wir noch bis wir die äh reservisten hervor holen so das castle ist ja gar nicht von den wallahir das heißt da kann man auch nichts einnehmen ähm hier sind noch patrouillen und so ja das ist alles eher uninteressant wo sind denn die großen armeen armeen bevor wir uns mit denen anlegen mach ich glaube ich nochmal ein äh schläfchen damit wir auch selber unsere ganzen companions wieder auf 100% kommen äh ich glaube das wäre ganz cool wenn auch grad wir selber also der der siegtal ähm dann ein bisschen auch ein bisschen frischer ist wir können auch wieder glaube ich ein bisschen essen können wir gebrauchen ja ein bisschen essen können wir auch noch was haben wir denn da schönes ja Reis Brot Hauptsache das hält lang so also gibt es was in der taverne da können wir noch unsere gefangenen verkaufen mhm 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 Dietrich nein Ransombroker hier ja Mercenary in Nihoni ok wir können zur Zeit können wir eh nix gebrauchen ich hab dies von der Entwetschers Guild ja genau von Nihoni ok ähm ja wir warten einfach hier kurz bis wir so ein zwei Tage oder so sollten wir warten bis wir dann halt wieder gesund sind ok ich bin hier grad ein bisschen am warten und sie wollen uns wieder einen abkaufen ach ach ja ok wenn wir nein sagen verlieren wir glaube ich Ehre und äh noch irgendwas oder so ja gut ähm wir haben wieder einen neuen äh einen dritten Crimson Ranger haben wir bekommen haben wir bekommen jetzt haben wir schon wieder drei wieder wir hatten ja mal eine Zeit lang hatten wir glaube ich vier oder so mhm glaube ich haben uns nochmal zwei gestorben naja ähm so wir sind auch fast wieder vollgeheilt ob jetzt müssten wir auch ja jetzt sind wir vollgeheilt und hier können wir noch ein bisschen was äh ich hab auch mal alles sortiert und äh neu eingeordnet mhm Marksman Heavy Marksman juhu jetzt haben wir auch den wieder naja er hat so ne Axt hat er ähm und diese komische Blade Armbrust so wo kommt er denn hin er kommt hier so ähm über den Dark Forest Archer da kommt er hin aber auch hier so ein ich glaube hier den Empowerished Knight haben wir auch äh und wir haben so einen schönen Sniper ähm hab ich erstmal schön wieder einsortiert jetzt sind wir bereit für weitere Schanktaten ich muss mich übrigens entschuldigen falls irgendwie hier ich mich zwischendurch räusper ich habe ein wenig ich bin ein kleines bisschen erkältet mhm ich hoffe das ist kein Problem so wo sind mhm ei 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 sind das 2718 2718 Leute sind das ein bisschen ähm ok das ist jetzt können wir mal gucken was es alles gibt ok das sind die People of Valor hier die haben 650 Mann ungefähr das ist noch eine Eskarte für Gudrun und für unseren Typen ok die meisten haben meistens so um die 200 bis 300 Leute oh das sind zweimal die People of Valor hier uh ein bisschen ganz oben mit 649 zur Zeit und darunter nochmal mit 718 ei ei ok das wird interessant das kann interessant werden ähm ok na gut den wollen wir uns jetzt lieber erstmal nicht anlegen hm ok jetzt sind sie hier auseinander gestoben Kavallerie 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 ich ok ich wollte grad schon sagen das kommt hier so eine Formation schön an wir wollen sie einfach ein bisschen auseinander ziehen ach hier sind alle zueinander miteinander hier gerade unterwegs ähm Ehring Ragia also wie viele Leute sind das naja das ist aber keine Chance das sind 500 ja 800 900 keine Ahnung 900 Mann oder ungefähr ne 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 keine Chance ähm mal sehen vielleicht hier die Mine und Nobles ich mein das da haben wir grad eh nichts anderes zu tun äh ja wir müssen halt wirklich hier schön aufräumen mhm weil sobald wir halt ich geh mal davon aus sobald wir anfangen irgendwas zu belagern werden halt die ganzen Lords alle angetrabt kommen grad wenn sie jetzt hier auf grad in Fadezug Formation sind äh und werden uns halt platt machen also gegen 900 war er hier haben wir keine Chance ich würd sagen irgendwas mhm also 475 haben wir ja geschafft also 500 weil er hier ist würde ich sagen ist die Grenze äh mit wem mit was wir uns auf einmal auflegen aufnehmen können kommt natürlich auch immer drauf an was wie gut die weil er hier so ne 500 Truppen mit von diesem äh Typen der halt die Kavalerie hat das wäre vielleicht noch ein bisschen problematischer äh wie gesagt kommt das halt immer drauf an ach die Reckere sind gar keine Haushaltstruppen das sind die Nobelleute von denen ah interessant ok ich frage mich wo die Berserker dann herkommen das äh ich hab hier offenbar schon bei vielen Leuten gesehen vielleicht kann natürlich sein dass die Berserker die bessere äh aufgebesserte Variante von den äh Reckere sind oder die Jals ne wahrscheinlich sind die Jals die bessere Variante oder ich hab einfach keine Ahnung eigentlich können wir mal gucken bei den äh äh bei diesen bei Minor Troop Trees da müssen ja meine ich sind ja auch immer die äh ne in Referenzmaterialien mal gucken mal Referenzmaterialien so Main Factions da sind nämlich alle Sachen glaube ich Player Factions ja gut das wissen wir Zen Arulo können wir nicht mal gucken was ist halt was denn was sind die Hörler Proven Messenger ok ok castle guard strong one ok interessant wow naja geht so strong one hm egal was wir eigentlich gucken wollten Kulan nein Kretas nein Gelder nup auch nicht die Kaikos da war er hier Heresia aha aha Ulre ok Messenger Deserter Prison Guard Kassel Guard ja Tengen und der wird zum Jarl ok achso das waren die ich hab grad die hier mit äh vorhin mit den Berserkern verwechselt ok Vanades das sind die ok Rekre sind auch welche Veteranen Huskal achso die haben wir auch vorhin schon gesehen ja ok das ist wahrscheinlich auch irgendeine Household wahrscheinlich die von dem ich glaub sie war es beim König ich glaub beim König hatte die ok 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 das heißt äh ja keine Ahnung ob das jetzt die Nobelleute sind was haben die denn hier in Speer ich finde die sehen irgendwie cool aus aber naja sind nicht wirklich gut glaube ich also wir gegen uns jedenfalls nicht ähm wo die hier alle so in einer in einer Gruppe sind können wir natürlich relativ wenig machen ähm wir könnten hier wohl ja hier Radar kämpfen aber warum sollten wir ok mal sehen aha aha 26.000 plus machen wir zur Zeit ähm Money hier 3000 verlieren wir wegen äh Money Transfer Inefficiency Inefficiency ok hm wahrscheinlich kann man es durchaus verringern indem wir Aolas Castle uns das Ding abgeben hier mal gucken hier mal gucken Aolas Castle und Not Lock Not Lock die bringen schon relativ viel ich glaub das bringt noch mehr als äh wir haben mehr davon die zu behalten als halt die Inefficiency zu verringern äh das einzige warum wir sie halt abgeben wollten vielleicht wäre äh ich denk schon wir müssen ja auch hier die Wages mit einbeziehen äh obwohl es egal wäre weil die meisten Truppen würden wir eh uns auch dann rausholen wenn wir das jetzt an irgendeinen äh Vasallen abgeben würden die ganzen Elite Truppen und so würde ich mal alles ja rausholen ne das wäre wir geben ja nicht irgendwelche unsere tollen Truppen geben wir dem ja nicht ab ähm kann ich schon selber machen mhm Klinatipp sind 11.000 aber ok Velinas haben wir hier 3900 nur ok 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 und die beiden sind ich glaube da bekommen wir nichts raus ok ich nenne es nur halt einfach super krass wie viel es bringt äh ok Rents und Tariffs das ist natürlich auch ein guter Posten gut aber ansonsten eigentlich finanziell geht es uns zur Zeit relativ gut äh das eine Problem ist halt dass wir es nicht selber bekommen oder so was halt hier abgeliefert wird naja mhm was machen wir jetzt wir könnten versuchen hier die irgendwie anzulocken so kleine kleines bisschen ne wollen nicht na gut dann können wir halt in der Zeit die Gefangenen verkaufen ähm dann ansonsten einfach nur blöd rumstehen finde ich nicht nett von denen dass sie uns jetzt hier so unsere unsere Pläne verderben indem sie sich da zusammenrotten in ihrem kleinen Angsthaufen da mhm ok mehr Champions haben wir bei uns in der Killner Keep jetzt bekommen das ist schön mhm obwohl denen wahrscheinlich auch langsam das Geld ausgehen wird hm tja oder ob es wirklich vielleicht sogar Sinn machen würde nein nein ich würde nicht automatisch kaufen ob es vielleicht sogar Sinn macht nachher kurz nach Hause zu gehen um Geld abzuholen beziehungsweise im Killner Keep wieder Geld aufzusch- äh abzu- äh hier aufzu- äh das Konto aufzuladen äh um dann wieder hier hin zu kommen und dann hoffen dass dann deren Feldzug da zu Ende ist die sich wieder alle aufgelöst haben damit wir wieder eine Chance gegen die haben Könnten wir überlegen Könnten aber auch Sollen wir einfach mal versuchen ich bin ne ich glaub eigentlich müssten sie dann sobald wir äh belagern sollten sie eigentlich äh uns angreifen Ah die haben sie auch gelöst Sieht jedenfalls so aus ok wir sind voll bei voller Kampfstärke nein ah das ist natürlich ungünstig ah verdammt die sind auf der enemy side das könnte Cunning ok wir wollen wir eh nicht haben ok hoffen wir einfach mal wenn es gut läuft sind es zwei Fliegen auf einen Streich es ist nicht nur schlecht ähm obula ach da soll da hier auf diese Hügelspitze und dann ah da hinten laufen sie sieben noch zurückziehen ja der ist auch der ist auch da ich wusste doch dass er sich auch hier reinschummeln würde der Schalingel ok wir halten unser Feuer erstmal ein warten bis sie hier über wieder über die ähm über die Klippe ach nicht Klippe über die Hügel Kuppe drüber kommen jetzt können wir wieder schießen mal sehen scheinen keine auch genau scheinen nur wenig äh Kavalerie zu haben also ich glaub nur einen das ist wirklich nur eine ein einziger Kavalerist nur na gut dann einer ist keiner dann ist das kein Problem so oh die haben ja ich sehe solche Leute mit ziemlich großen Axt ob das Divine Athlings sind oder so da hat jemand eine sehr große Axt da wo ich auch hinschieße der sieht aus ne Divine Athlings hat er auch so einen Hornhelm ich weiß es grad gar nicht mehr also die Axt sieht auf jeden Fall aus wie die die auch von den Divine Athlings oder ist das Berserker ne ich habe immer noch nicht getroffen Herzier war es der? ich weiß es nicht ja gut so gerade geht es eigentlich relativ gut Aua ja gut wir haben halt immer noch kein Schild Juhuuu los Jungs Juhuuu Juhuuu los Jungs Wunderbar wir hauen hier alle zusammen drauf zusammen sind wir stark ja wunderbar jetzt nur noch schnell hier vorne hin hier hier uns schützend vor sie stellen wunderbar ach verdammt ich eigentlich von einem Köcher ich kann mal ganz kurz noch hier mir ein paar Pfeile holen uiuiuiuiui naja das ist ja das Problem wenn wir hier mitten im in der Schussbahn stehen ähm ok du müsstest doch Pfeile haben wunderbar oh nein der Heavy Marksman ok die scheinen wirklich Heavy Marksman Leute scheinen wirklich nicht die geilsten zu sein hallo wehrt euch mal also wirklich stehen hier einfach so apathisch da rum ach verdammt ähm ja schön mit Abstand wunderbar neue Feinde sind eingetroffen ähm die Suk Slaver haben die ok interessant interessante Wahl ja das sind unsere Crimson Ranger wunderbar Heilung und dann schießen wir hier wieder und treffen nicht juhu eieiei da bin ich auf die lautstärke Taste an der Maus gekommen ich glaube das müssen wir uns sogar sehen aber ich kann leider ich nehme es ja immer mit OBS auf und aus irgendeinem Grund kann erkennt OBS äh Mount & Blade nicht als Spiel also als eigenes Fenster äh das heißt man muss immer nie Bildschirmaufnahme machen oioi habe ich fast oioi 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 ok was sind das was sind die Barbaren oioioi oioioi kollegische Nicht in Ordnung, verdammt, da haben sie es erwischt. Ja, wir hätten unsere Leute nicht einfach da rumstehen lassen sollen, weil dann können sie halt die nacheinander abfrühstücken. Wir hätten lieber sie in die Charge schicken sollen, damit sie halt sich so schön zusammenballen können. Oh, Verstärkung ist eingetroffen, oder? Ist Verstärkung eingetroffen? Oh, das sehe ich jetzt hier natürlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Und... Oh, die haben sogar Wolfreiter. Uiuiui. Das ist ja schon... sehr advanced. Ja gut, ähm... Ah, verlieren da auch ein paar Leute. Da haben wir unsere, unser Crimson Ranger, da müssen wir natürlich auch aufpassen. Ähm, ich glaube, wenn sobald dann hier die Hauptmacht hier, äh, die Haupttruppe ankommt, werden wir, äh, einen Abgang machen. Und... Und... Vielleicht... Ja, obwohl es läuft halt einfach so gut. Naja, so läuft schon echt gut. Hm... Ja komm, wir ziehen uns einfach mal zurück. Und fangen wir von vorne an. Neu, schön geordnet. Zwei hier hin, sieben haut ab. Und die Eins nach da. Schön hinten schneiden, da sind wir auch ein bisschen schön versteckt. Ei, ei, ei. Dann stehen wir da einfach mal hier hin, damit auch die ganzen Leute überhaupt eine Chance haben. Okay. Die scheinen nicht daran interessiert zu sein, vorzurücken. Gut, dann kommen wir halt zu ihnen. Ah, unsere Kingsmen... Ah, die schlagen sie schon ganz gut. Also ich würde sagen, sie sind schon ganz okay. Wir müssen halt den Vergleich haben, wie gut sich die, äh, unsere Hyatt Footnights jetzt schlagen würden. Ich glaube, die Kingsmen sind aber auch auf jeden Fall günstiger. So. Oh, Verstärkung ist eingetroffen. Aber sie bleiben immer noch da schön stehen. Haben nicht vor, irgendwie sich vorwärts zu bewegen. Naja. Jeder wie er es will. Raiding Archer sind das jetzt vor allem noch. Und ich schieße zu tief und stehe auch ein bisschen zu frei. So, hier. Ja gut, die haben halt relativ, also macht schon relativ viel Sinn, stehen zu bleiben. Weil sie halt Bogenschützen haben. Aber... Leider sind halt die Bogenschützen erstens viel weniger und zweitens verglichen mit unseren Bogenschützen viel schlechter. Und wenn ich treffen würde, wäre es auch noch viel besser. Ich glaube, ich habe zu tief einfach geschossen. Jetzt schieße ich einfach einmal daneben. Ah ja. Und... Irgendwann treffe ich auch nochmal einen. Ja, komm schon. Ja, siehste. Das kann ich noch. Und die haben auch Snowcrawler. Tja, das wird euch auch nicht viel helfen. So. Gut, dann haben wir auch doch die... Da haben wir direkt zwei auf einen Schlag gemacht. Du bist direkt jetzt mal ein Gefangener. Ja, du bist so ein Feigling, ne? Ja, ne. Gefangener. Und noch mehr Gefangene. Die werden wir nachher verkaufen können. Ja, gut. Wir werden wahrscheinlich nicht ganz so viel bringen, aber... Geld ist Geld. Und das nehmen wir auch mit. Okay, die People of Valor hier. Das ist natürlich wieder... Oh, jo, jo, jo. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Andererseits, ich weiß auch nicht, wie viel... Wie wir sonst stärker werden sollen. Mehr werden sollen. Stärker werden. Wir haben eine schon relativ... Gute Armee. Haben wir ja. Wir müssen auf jeden Fall warten, bis auch unsere... Alle Leute wieder bei Kräften sind. Was haben sie denn? Okay. Berserker. Das ist ja schon mal... Okay. Die sind jetzt Veteranen. Huskars. Ja, nur einen einzigen davon. Huskars. Ja, gut. Jarls. Hersier. Das sind alles halt so Schild... Ne, Hersier sind die ohne Schild. Das sind die mit den Hämmern. Und die sind eh gar kein Problem. Ulre, okay. Sekre, das sind die... Auch mit Schild-Infanterie ist das. Barbarian. Gut, die sind kein Problem. Hadendrängre. Das sind ein bisschen schlechtere Infanterie als die Sekre. Ich glaube, eine Stufe schlechter oder so. Faggen. Das sind die... Zu den... Die Vorstufe von Jarl. Heavy, Bogier. Okay, die haben so... Da haben sie 50... Also 40 von. Da haben sie nochmal 50 Bogenschützen. Da haben sie nochmal 50... Äh, ungefähr 50. Ähm... Okay. Woher hier... Raiding Archer. Landier sind... Okay, Landier sind die... Ach, sind die... Hab ich denn die zweite Stufe von denen? Und Freis haben sie noch welche? Ja. Also... Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie einfach nur aus Elite-Truppen bestehen. Es sind halt... Doppelt so viele wie wir, ne? Also es ist halt schon, äh... Lass uns halt bedenken. Hm, 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 hm. Ich würde sagen, wir müssen wirklich... Wenn wir mit allen Leuten und von unseren Truppen fit sind, könnten wir sogar überlegen, uns mit ihnen anzulegen. Dafür müssen aber alle... Dafür brauchen wir einfach, um halt ein bisschen wenigstens den... zahlenmäßig unterlegen, um halt ein bisschen auszugleichen. Na komm. Nicht hier weglaufen. Hier ist schon gut. Okay, noch 13 Mann haben wir. Ja, kommen wir hier. Also können wir noch die Nacht abwarten. Dann können wir schön... unsere Leute upgraden. 10 Mann sind noch. Also vor allem sind das wahrscheinlich Bogensch... Äh, nicht Bogenschützen, Infanterieleute halt. Äh, wir können eigentlich... Ah, 16 und den einen haben wir noch. Da habe ich ganz vergessen, den Companion, dass der auch noch da ist. Lass uns sehen, was haben wir denn... Okay, wir haben jetzt... Die sind auch mittlerweile relativ viel geworden. Oh, das ist eine Stalker. Die können wir auch nach oben, äh, bringen. Das ist doch schön. Ähm... Ja, noch ein bisschen. Sehr schön. Upgrades. Ranger. Sharpshooter. Ich würde sagen, dass die Infanteriezahl ganz okay ist. Acht Mann brauchen wir noch. Sechs Mann. Wir kriegen hier ganz viele Personal Champions nach, ja. Also, schön, glaube ich. Noch vier Mann. Drei Mann. Der Countdown. Zwei. Zwei. Ei, ei. Oh, ich hoffe, dass die jetzt nicht hier kommen. Eins. Und. Die haben natürlich auch in der Zeit geheilt. Äh, ich weiß nicht. So viele Verluste hatten, glaube ich, gar nicht. Komm. Arzt. Wer ist denn der letzte Verwundete da? Na, die folgen uns. Super. Der will aber auch nicht... Aus Prinzip, wer ist denn der... Ach so, so ein Kingsman. Der will aber auch irgendwie nicht... ...geheilt werden. Naja, die ganze Zeit, wo wir hier warten, ist... ...wenigstens, äh... ...heilen wir auch unsere Companions alle. Mensch, was soll das denn hier? Ich wollte sagen, ja, kurz... Warten mal kurz hier. Nö, ja, ja, ganz kurz warten hier. Das geht ja super schnell. Was ist mit unserem Arzt passiert? Ist der irgendwie krank geworden? Hat der Feierabend gerade? Das Wochenende oder so? Sechster September. Keine Ahnung. Sechster September 366. Der will aber wirklich nicht... ...s Verrecken nicht geheilt werden. Mit dem Gefühl. Okay, gleich sind sie... ...oder auch was irgendwie... ...kann ich auch... ...immer problematisch ist. Ja gut, ne? Also... Jetzt werden wir voll. Wir sind voll. Das ist das Zeichen. Angriff. Puh, okay. Okay. Das wird... ...we will fight you to the end. Ai, 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 ai. So. Oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir auch noch so eine Map hier, wo wir... Aha, nein. Die machen einen Sturmangriff. Ne, wir müssen uns hier nach hinten zurückziehen. Ich hoffe, dass die Bogenschütze überhaupt hierhin kommen können. Ne, können sie nicht, natürlich. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Dann nach da. Ähm, nach da. Und vielleicht nach da. Sieben. Ah, ne, fünf. Sehr schön. Okay, zum Glück haben sie sich irgendwie ein bisschen... ...aufgesplittet. Oha, okay. Aber wir haben schon direkt einen Kingsman verloren. Kommen sie zum Glück irgendwie nur so tröpfelweise über die... ...äh, hier drüber. Okay, ich wollte mich erst über die, äh, drüber beschweren. Aber ich glaube, dass die, weil die direkt halt die, äh, den Berghang hochrennen wollen. Ähm. Deshalb werden die da so aufgesplittet, weil manche halt bessere Routen nehmen als andere. Okay, vor allem die Berserker müssen wichtig, dass die das Zeitliche segnen. Und die Bogenschützen. Weil die uns halt gefährlich werden können. Also, unseren Bogen schützen. Und mir. Okay. Halb so wild. Okay, ähm... Achso, das sind Bogenschütze. Die sehen immer so riesig aus hier, weil sie einfach so nah sind. Heilung! Und wir haben keine Pfeile mehr. Au, 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 aufpassen. Okay. Wunderbar. Okay, es sind jetzt einige mehr, die jetzt von da drüben kommen. Deshalb Infanterie mal mehr nach da drüben. Okay. Hier stehen wir ganz gut. Vielleicht müssen wir uns wirklich nachher irgendwann zurückziehen. Einfach weil unseren Leuten die Pfeile ausgehen. Äh. Ich habe so ein Gefühl, dass relativ viele Leute sterben. Also nicht ausgenutzt werden, sondern sterben. Geht es unserem Arzt gut? Ich hoffe. Aber wir haben ihn auf jeden Fall weggeschickt. Eigentlich sollte er... Haut ab. Haut ab. Habt Angst vor uns. Reinforcements sind eingetroffen. Das ist schon mal gut. Und zack. Sind wir auch ihn losgeworden. Okay. Verdammt. Da ist uns erwischt. Schaffen wir das? Okay. Ja gut. Ich glaube, unserem Arzt geht es auf jeden Fall immer noch gut. Wir sind jetzt... Vielleicht war es einfach nur gerade ein bisschen unglücklich, dass ein paar mehr Leute gestorben sind. Oh Gott. Hinter dem Berghügel sind auf jeden Fall wieder... Einige. Ich weiß nicht, ob wir das zulassen wollen, dass wir hier mit denen... uns anlegen. Ah... Ja. Es sieht... Ganz okay. Oh. Die Crimson Ranger wurden zum Glück beide ausgenockt. Ja gut. Wir ziehen uns zurück. Acht Leute wurden getötet. Nur 52 von denen wurden getötet. Gut. Das ist auf jeden Fall das Verhältnis. Wir haben... Unser Verhältnis war besser von den Verlusten her. Auch wenn man jetzt nur die Verwundung mit ein... Die Verwundung mit einrechnet. Jetzt noch 300 zu 500. Das heißt, die haben jetzt weniger als doppelt so viel. Aber natürlich sind wir natürlich... Obwohl ja gut. Es geht uns schon relativ gut wieder. Dank unserem Arzt halt. So. In den Bäumen ist es natürlich ein bisschen ungünstig für uns jetzt. Also für mich. Unsere Bogenschütze, die stehen einfach durch. Aber ich nicht. Wir können uns hier... ein bisschen dahinter verstecken. Wir haben ja fast... Fast nur Bogenschützen stecken sie jetzt gerade. Eieiei. Collision. Lasst das mal sein. Muss das gerade denn so... Viele Pfeile haben. Jungs, wir haben... Gebt dem Bogenschütz noch nicht euer Rücken. Das ist, was sie wollen. Hier hin, bitte. Oh Gott, müssen wir hier freischießen. Ah, ne. Das wird keiner. Der wird da... Nicht mehr... Wird er noch da lebend rauskommen? Nein, er wird sich nicht mehr überleben. Okay. Das ist natürlich noch nicht besonders ungünstig. Und jetzt müssen auch wir in den Nahkampf gehen. Aber... Ja, wir müssen in den Nahkampf gehen. Nahkampf. Wir treffen nix. Wir treffen nix. Wir kommen an und wir treffen nix. So, schön ein bisschen zurückziehen. Aua. Nicht in unseren Rücken schießen. Oh. Flammt. Hier hin. Hier hin. Wunderbar. Wunderbar. Oh. Hinter mir nur noch. Uiuiuiuiui. Jungs. Okay. Wir verstecken uns hinter Dietrich. Und unsere Bogenschützen machen das einfach das meiste. Und das machen sie auf jeden Fall sehr gut. Muss ich sagen. Also Lob an unsere Bogenschützen. Ich meine, wir sehen ja hier links da wieder... Ich zeige gerade... Ich zeige gerade mit meiner Hand auf dem Bildschirm links unten in die Ecke. Also da, wo die Kills alle durchgehen. Das könnt ihr natürlich selbst nicht erzählen. Aber unsere Bogenschützen machen ja gerade sehr gute Arbeit. Und ich... Nicht ganz so. Okay. Gut. Wie viel haben wir denn schon? Oh, 220 haben wir schon aus... Wow. Das ging jetzt echt super gut. Heiheiuiui. Ah, wir sind ein bisschen überrascht. Da müssten auch eigentlich noch mehr Sachen kommen, oder? Also die haben auf jeden Fall noch mehr Bogenschützen. Weil das deren Bogenschützen so schlecht waren gegen unsere Bogenschützen. Also es war jetzt eigentlich... Es waren ja quasi nur Bogenschützen. Ich habe ein paar Berserker oder so waren noch dabei. Aber faszinierend. Also... Hätte ich nicht gedacht, dass das... Ich hätte gedacht, dass wir mehr einstecken müssen. Gerade wenn halt die ganzen Bogenschützen auch relativ für diesen Ulris und so. Ja gut, aber es ist halt wichtig, dass das vielleicht jetzt nicht die... Besten Bogenschützen... Truppen, die jetzt so... Die hier da haben. Ich meine, wir haben immer noch Elfen. Man sollte meinen, dass sie die Besten sind. Obwohl die cool haben, die sind ja auch... Sehr, sehr gut mit ihren Bogenschützen. Und wir sind jetzt in der... Oh, das ging jetzt aber... Wir sind jetzt in der Überzahl sogar. Na dann. Zeit, sie Platz zu machen. Wir haben nur sieben Leute gerade in der... Einen Schlacht verloren. Wir haben jetzt noch 292. Gerade immer 299. Okay. Jetzt kommen sie... Jetzt kommen wieder ein paar mehr mit Schilden. Aber auch jetzt nicht sonderlich guten Schilden. Aber sie kommen sogar relativ nah an uns dran. Aber wahrscheinlich, weil halt einfach der Weg kurz war. Und hier noch. Und du noch. Na. Ich hoffe, der Typ hier links bewegt sich jetzt nicht. Lasst mich mal durch. Ich bin euer Chef. Ja, hier kann ich doch durch. Nein, Alter. So. Hier kann ich durch. Gut, dass unsere Truppen uns nicht selber... Äh, uns nicht abschießen können. Sonst werden wir wahrscheinlich jetzt... Gespickt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn man die Schwierigkeitsgrad höher macht halt. Also, wenn man... Das ist ja immer von der Option der Schwierigkeitsgrad abhängig. Aber ich glaube, man kann es auch einstellen, dass das Friendly Fire von unseren Truppen gibt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man halt immer die Bogenschützen nach vorne stellen. Und dann halt kurz bevor die Gegner da sind, die zurückziehen oder so. Das müssen wir ja zum Glück nicht machen. Und... Wir schlagen uns gut. Na, ich will mich nicht selbst in den Nahkampf stürzen. Äh, weil wir dann doch zu wenig Leben haben. Und im Nahkampf ist ja... Das ist quasi das, was die ja gut können. Nahkampf. Und vielleicht noch Wurfsachen. Nahkampfwaffen und Wurfexte ist so sehr... Sehr ein Spezialgebiet so. Insgesamt halt... Also das ist Äxte. Ob geschlagen oder geworfen. Einhändig oder zweihändig. Ach, das ist ein Fryer... Ne, ne, das ist ein Landy, oder? Landy. Dafür, dass wir da nur die zweite Stufe sind, sind wir auch relativ in Ordnung, würde ich sogar sagen. Relativ gut. Ich meine, wir haben ein Shield. Was jetzt nicht so ein Licht... ...classy aussieht, haben wir... ...irgendeine Axt. Und wir halten jetzt nicht so viel aus. Äh... So. Ja gut, die Thryles sind jetzt nicht so noch nicht gut. Wir halten nur so eine Zweihand-Axt. Oh, da ist doch einer noch umgedreht. Mit einem Headshot hätten wir immer noch sterben können. So, das war seine letzte. Wunderbar. Wunderbar. Hm, 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 hm. Oh. Ja, den können wir noch gebrauchen. Ja, die können wir auch nehmen. Hm. Sniper können wir nehmen. Sword Master. Ja, warum nicht? Master Huntress. Ja. Swordman. Immer noch gerne. Mercenary Swordman. Ähm... Mercenary Swordman. Mercenary Swordman. Ja gut, das... ...reicht dann auch fürs Erste. Marksman hier, die können wir noch aufwusten. Das ging doch sehr, sehr einfach. Sehr, sehr gut. Oh, Holy Crusader. Da haben wir wieder schön was zum Verkaufen. Night of the Eagle. Die waren ja gar nicht mal so viel wert, glaube ich. Äh, aber mit der Masse hier. 192 können wir insgesamt mitnehmen. Gladiatoren haben sie sogar. Okay, ich scheine wirklich viel hier mitgenommen zu haben. Ja gut, das ist jetzt nur noch Schrott. Schrott, den wir nicht brauchen. Ähm... Da können wir hier ein bisschen was... ...mitnehmen. So. Und... ...das waren die ersten People of Walla hier. Nicht schlecht. Also, sehr schlecht eigentlich. Überraschend schlecht. Äh... Naja. Ich meine... Wer bin ich, mich zu beschweren darüber, dass unsere Feinde Lappen sind? Äh... Gut, vielleicht mit denen möchte ich mich jetzt... Obwohl, wahrscheinlich können wir uns sogar mit dem anlegen. Aber ich möchte erst mal hier... ...uns alles abladen. Also die ganzen Zeugs. Ähm... Achso, wir hätten eigentlich immer auch das Salesword mitnehmen können. Und statt dem hier. Na, egal. Ähm... So. Alle sind... ...weiter geholfen. So eine reiche Strache habe ich ganz kurz gesagt. Ah, wieder welche. Aber die sind ein bisschen orange. Reiche Strache ist orange und die sind eher so braun. Also... Ist schon ein Unterschied. Ist nicht ganz die gleiche Farbe. Ähm... 52. Das können wir überlegen, ob das vielleicht sogar jemanden gebrauchen könnte. 35. Das dürfte, glaube ich, keiner gebrauchen. Dann können wir ja eigentlich mal gucken, ob das jemand haben möchte. Ähm... Zu Taverne. Oh, jetzt gibt's... Money, 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 money. 33.000. Joa Gott. Da sage ich nicht nein. Äh, sondern lieber ja. Und ein Handschlag und dann sind wir die alle los geworden. Wir haben zwei von den Typen haben wir gefangen. Aber wie viele haben die überhaupt? Wie viele... Ich würde sagen, das sind bestimmt... So... Acht bis zehn oder so. Ähm... Fraktionen... Äh... Fraktionen. Valahia. Aha, aha, aha. Okay, ja, ja. Einige Zeit lang angegangen. Ich habe nur gerade Krieg mit uns. Okay. Wir haben... Also, wir haben natürlich den König. Frauen haben... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, gut. König plus zehn Vasallen. Das heißt, jetzt sind noch König und acht Vasallen laufen jetzt noch rum. Joa. Der König ist auf jeden Fall... Der läuft zwar rum, aber mittlerweile... Ja. Ich meine, er hat auf jeden Fall... Wir haben ihn ja schon mal besiegt. Äh... Jetzt ist die Frage, wie viele Leute er jetzt noch hat. Gut. Ich würde sagen... Und diesen wunderbaren Erfolg gegenüber dem People of Valar hier. Dass es doch ein guter Zeitpunkt ist, hier die Aufnahme zu beenden. Fürs Erste. Und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn wir... Weiter bei den Valar hier aufräumen. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich zwischen den Folgen werde ich aufräumen. Und dann sehen wir uns wieder. Also, wir müssen gegen die Leute kämpfen. Und zwischen und dann sehen wir uns wieder. Äh... Wenn wir vielleicht bereit sind, auch hier welche zu erobern. Oder wenigstens zu belagern. Aber bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020